Hey, hey, we're best friends forever now. Hatch your most, ha, hatch your most. Hatch your most are hatching, happiness is catching. Catching up a lot of fun. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sag doch, sind wir schon da? Und? Puppet, ich liebe dich, aber du musst aufhören ständig zu fragen. Der Crystal Canyon ist nur noch eine Lieblänge weit weg. Wir sind hier im Märchenwald und Chi-Tree, du singst mit. Das geheime Ei ist magisch. Das geheime Ei ist magisch. Ja, es ist magisch. Also auf zum Crystal Canyon, bevor ein bestimmter, klebriger Jemand diesen goldenen Luchs findet. Sobald ich ihn gefunden habe, wird dieser goldene Luchs mein magischer Freund sein und ich werde der bekannteste Kerl von ganz Hatchtopia. Oh, das ist so viel zu hoch. Cool, dass wir in Snaytale einen neuen Freund gefunden haben. Stimmt, ich finde, er ist der Beste. Warum glaubst du, dass er so hilfreich ist? Findet keiner von euch, dass er irgendwie seltsam ist? Nein. Nein. Äh, äh. Ich bin der Meinung, wir sollten der Hilfe neuer Freunde gegenüber aufgeschlossen sein. Natürlich, aber er ist... Ich möchte den goldenen Luchs einfach unbedingt finden, damit wirklich jeder in Hatchtopia etwas Magisches erleben kann. Ich weiß, aber du machst dir immer zu viele Sorgen. Wow, dieses Ei ist schnell. Und seht mal, wie es rollt. Freunde, das könnte der goldene Luchs sein. Zeit zum Schlüpfen. Ja, mach noch mal. Wir haben es. Gleich schlüpfe es. Oh, du bist einfach hinreißend süß. Ah, vielen Dank. Ich bin Hamster und ich finde es super aufregend, hier zu sein. Oh, warum glitzern eure Flügel so? Hey, 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 hey. Meine Flügel glitzern ja auch. Wow. Seht euch das alles hier an. Es ist so fantastisch. Komm, aufzuhalten. Ihr scheint eine tolle Truppe zu sein. Obwohl ich euch erst kennengelernt habe, fühle ich schon diese Stimmung. Oder soll ich es anders ausdrücken? Ihr scheint alle glücklich und zufrieden zu sein. Oh, riecht ihr diesen süßen Geruch? Äh... Ah, was ist das? Das ist die magische Schriftrolle, die wir gefunden haben. Und sie führt uns zu Freunden. Wie dich. Oh, warte, bis du Snaytale kennenlernst. Er ist lustig. Eigentlich sind wir uns nicht ganz sicher, ob er... Er ist lustig und er hilft uns. Und ich vermisse ihn bereits. Wir müssen weiter zum Kristallcanyon. Kommt! Ich werde als erster im Crystal Canyon sein. Ich werde wetten vielleicht verwendet ihr Dummein. Das ist doch, was ihr Jauchter bleed? Das ist死bar, was sollte ganz klar sein. Und euch alles nichtscyj Ich werde das in dem Blick irgendwannайн.